Eigentlich muss man das ja nach verschiedenen Genren aufteilen. Was gibt's da? Die Trash-Medaller, die rennen halt nicht so in Kutte rum mit ihrer Aufnäher und hast du nicht gesehen. Und die Heavy-Medaller. Die Death-Medaller rennen dann mit ihrer Springerstiefel und meistens Kampfhose rum. Dann hast du auch ein paar Gothic-Leute, die rumrennen in komplett schwarz mit ihren Röckchen und hast nicht gesehen. Dann hat man die Rockabilly-Typen, die überall tätowiert sind. Dann hat man diese Hardcore-Typen, die rennen meistens oberkörperfrei rum. Also das ist und die Punk-Typen natürlich. Die Punk-Typen erkennst du bunte Haare, hast du nicht gesehen. Und was seid ihr für Typen? Wir sind individuell.